Oh oh! Das muss aber gemacht werden. Ja ja, kein Problem. Wird erledigt. Ich bringe Ihnen noch was Kips drauf hin. Dann müssen Sie nämlich... Also dann bis morgen. Paul! Jetzt bist du ein stinkender Drogscheißer gebaden. Tür auf! Wer da? Ich glaube, mit Heroin zu versauen. Dieses Sexstudium! Sie haben welche Medizinbücher hier. Und diese Scheiße, die wirst du jetzt auswendig lernen. Und wenn du sie auswendig kannst, dann lass ich sie raus. Die hübsche Susanne Berger war schon mehrere Stunden unterwegs. Wenn die Gestechtsverkehr haben, lass ich die frei. Ich habe sie aber nicht aufgesucht, um sie mit meiner Geschichte zu langweilen. Vielmehr wollte ich die Fragen, ob du morgen Abend mit mir zu speisen wünschst. Welche Geschichte? Was sind denn das für kranke Gestalten? Das sind meine Eltern! Das ist so. Ende. Ja, -,